Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Leute, endlich bin ich wieder hier in Berlin Leute, ich war ja über das Wochenende zu Hause bei meiner Familie in Hannover Leute, jetzt kann ich wieder aufnehmen, ich habe etwas vorbereitet Leute, ich habe es gerade noch auf Twitter gepostet, für die Leute, die mir nicht auf Twitter folgen, macht es auf jeden Fall, da seid ihr immer up to date Leute, und zwar gibt es heute wieder eine Folge Road to Diamond mit der M3 Leute, und zwar habe ich gerade noch alles beigespielt, ich musste irgendwie noch 30, 35 Headshots machen, mich so angestrengt in Hardcore, nur auf Headshots gegangen, so negativ, KDs immer gehabt, aber scheiß drauf Leute, wir brauchen jetzt nur noch 50 Abschüsse mit der Luftlanderdivision, ihr kennt es, ich mache immer diese Quests quasi, also immer die oder die im letzten bisschen zu der Goldtarnung, wenn ihr versteht was ich meine, genau, das müssen wir jetzt noch machen, ich würde sagen wir machen die 50 Kills, vielleicht am Ende wieder so einen Schnelldurchlauf, wenn wir sonst zu viele Runden brauchen, und dann gibt es am Ende eine schöne Runde mit der M3 auf Gold, da freue ich mich drauf, und jetzt let's go, oh Leute, gegen den Prestige 5er, let's go baby, let's go, Auf jeden Fall, was ich nochmal anmerken wollte, erstens ich zock mit Brille, weil es einfach für mich ein bisschen angenehmer ist, wenn ich hier so lange vorm Bildschirm sitze, und zweitens Leute, es gibt auch kein Skillbase Matchmaking, das Matchmaking wird danach gemacht, also nach dem Ping, was ihr für einen Ping habt, wenn ihr dementsprechend so einen Ping habt wie wir hier im Haus, mit einem 9er Ping, zockt ihr gegen Leute, die auch ungefähr auf eurem Ping Level sind, und so einen niedrigen Ping haben halt meistens immer so die besseren Spieler, sage ich jetzt mal so, ist natürlich jetzt nicht vom Skill des Spielers abhängig, nicht was du für einen Ping hast, aber ihr versteht, was ich meine, so Tryharde haben ganz oft eine gute Leitung, weil die sich einfach eine gute Leitung holen, um halt noch besser zu spielen, versteht ihr, was ich meine, und ja, deswegen etwas kritisch hier manchmal, aber jetzt habe ich zum Beispiel eine Lobby, die klar geht, und jetzt, let's go, ist halt eine etwas schwierige Lobby hier für den Anfang, aber, okay, einer ist oben im Fenster, ich werde es jetzt mal versuchen, schlau zu spielen, hier sind die halt, das heißt, ich werde versuchen, mal hier rechts einfach durchzugehen, da eine Nate drüber, so, eine Bombe, das heißt, wir versuchen hier einfach schnell reinzukommen, das klappt auch noch, nice, jetzt habe ich einen Molly hier, den werfe ich jetzt hier hin, zack, oh Gott, oh Gott, die Nate, nice, er rennt jetzt vorher rein, er ist absolut One-Shot, okay, der kommt nicht, der kommt vielleicht hier links, ich mache mal den Schally drauf, ja, da ist einer, da sind zwei, nice, let's go, ich habe nebenbei auch noch so einen Auftrag, äh, angenommen, mit 130 Abschüssen und 100 Abschüssen, zack, let's go, let's go, nice, man, vielleicht geht der jetzt runter, ja, komm, wir gehen hoch, nice, man, Alter, es läuft gerade wie am Schnürchen hier, der nächste, nein, jetzt hab, nein, die Bombe, oh mein Gott, nein, 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 äh, ich hole einfach den hier, nein, doch nicht, ich hole gar keinen, scheiße, er ist hier hochgerannt, okay, 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 komm, den hole ich mir, nice, Drohne raus, den Molly nehme ich und den schmeiße ich hier hin, oh, der, ist der da, lol, lol, nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, אח slight, was passiert hier gerade, wirklich, was passiert hier gerade, aber ich bin jetzt schon so gut wie tot, ich habe gar keine Muni mehr, okay, das ist so One-Shot,istry, ger, scheiße, jetzt habe ich die Reinfeuerpistole hier, oh, er ist so One-Shot, nein, Okay, den habe ich. Über mir ist einer, glaube ich. Nee, er ist unten. Oh mein Gott, was passiert hier, Leute? Was passiert hier bitte gerade? What the fuck? Okay, okay, okay. Ich mache zwar gerade keine Kids mit der M3, aber das ist schon echt heftig, was hier gerade passiert. Die Schüsse müssen jetzt treffen. Oh nein, da bin ich tot, Alter. Was war das für eine Szene? Oh mein Gott. Oh, hinter mir. Oh, get right, boy. Oh, die S-Mine. Ach du Scheiße. Komm her, komm her. Nice. Oh, der Scheiternver geht gerade ganz gut rein auf der Waffe. Sehr gut. So muss es sein. So, hier gönne ich mir noch ein, zwei Marken. Jetzt habe ich wieder den Molly. Okay, hier kommt jemand. Das heißt, ich schmeiße hier mal den Molly hin. Oh, let's go, baby. Let's go. Drohne raus. Nice. Zack, habe ich beide. Gar kein Problem für mich hier. Bombe raus. 22,5 Leute. Let's go. Oh, die gehen alle zu mir in den Raum rein. Ah, da, 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 da. Komm. Oh. Oh. Komm. Ja, Mojzki. Komm. Kill ihn. Nein. Der Molly verbrennt die nicht. Oh, oh, oh. Wieder 10er Streak. Was geht hier bitte ab? Nice. Oh, und jetzt bin ich down. Jetzt bin ich down. Alter, Digga. Was mache ich hier mit denen? Das ist ja gestört. Oh, oh, oh. Der Prissy Schwimmer. Und noch einer. Oh, beide. Oh, 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 oh. Guck, Leute. Wenn man so normale Lobbys hat, dann ist doch wieder das Leben einfach schön in WW2, oder? Muss man doch mal ehrlich sein. Wenn man nicht so krank verschwitzte Lobbys hat, ist das Game doch einfach über nice. Einfach mal einen Molly hin. So, dann können die da zumindest schon mal nicht wirklich durch, ohne dass ich das merke. Habe ich auch schon direkt den nächsten Molly. Aha. Habe ich ihn jetzt noch? Okay. Nice. Perfekt. Oh, er hat eine Bazooka in der Hand. No way. Ich hüpfe einfach rein, dann killt er sich auch. Ha. Ha, ha, ha. Da habe ich sogar noch den Kill bekommen. Let's go. Komm. Oh, oh, oh. Sweaty Gunfight. Okay, Leute. Alter. 40 Kills gleich. Oh. Natürlich nicht alle mit der Waffe gemacht, aber trotzdem sehr, sehr nice. Komm, ich will jetzt die Runde hier aber auch gewinnen. Nein, 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 nein. Bitte nicht verlieren. Wir verlieren. Nein. Wie können wir das verlieren, Leute? Nein. Guckt euch mein Team an. Alle negativ. Nein. Okay, Leute. Wir brauchen noch 16 Kills mit der Waffe jetzt, mit der Luftlandedivision. Ich weiß nicht, ob ich einen Schnelldurchlauf mache. Ich schaue einfach mal, wie das Game hier so läuft. Eigentlich könnte man es machen. 16 Kills. Oder können wir einfach kurz runterzählen. Dann habt ihr High Action 16 Kills hintereinander. Bap, 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 bap. Ich weiß, ihr mögt den Schnelldurchlauf, Leute. Ich habe es immer in den Videos eigentlich drin. In den Road to Diamond Videos. Ich würde sagen, wir machen es jetzt auch, damit wir dann schnell die Goldwaffe zacken können. Let's go. Nummer 1. Da ist auch schon die 2. Oh, oh, oh. Nummer 3, Digga. 4. Oh, 4. Jawoll, Ski. 5. 6. Alter, das Aim ist da. 7. 8. Da braucht man ja gar keinen Schnelldurchlauf hier. Oh, Nummer 9. 10. 11. 12. Und 13. 14. Hier. 15. Und 16. Let's go. Goldtarnung ist am Start, Leute. Nice, Mann. Leute, das Schmuckstück ist da. Oh, mein Gott, Digga. Die sieht ja über nice aus mit Goldtarnung, Digga. Oh, mein Gott, Leute. Ich freue mich so, jetzt eine Runde damit zu zocken, Alter. Noch eine schöne Runde Abschluss bestätigt und let's go, Mann. Oh, yeah, Leute. Sie glänzt schon jetzt im Schwarz-Weißen hier, Leute. Ich freue mich so, was ich jetzt gleich zu sehen. Komm, Farbe, komm. Los, los, los. Oh, yeah. Let's go, Alter. Die sieht richtig nice aus. Zack. Da ist auch direkt der erste Kill und der zweite hinterher. Mit der Goldtarnung. Da läuft das hier schon direkt. Flüssig. Der dritte auch. Molotov ist schon wieder am Start, Alter. Das geht so schnell, ne? Das ist nicht normal. Da werfe ich den mal hin. Da kann ich hier schauen. Ich glaube, hier kommt jemand. Okay, da ist auf jeden Fall jemand angehittet, da bei Molly. Der ist One-Shot sozusagen. Also, auch so ziemlich. Komm. Komm. Oh mein Gott, wie viele sind da? Da waren alle. Ich habe schon sechs Kills, Mann. Let's go, Baby. Hoppala. Nice. Schöner Kill. Und. Komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Er hat so kassiert. Nein. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Der Junge hat aber richtig kassiert. Vom Feinsten, Freunde. Aber richtig vom Feinsten. So, erstmal hier kurz weg. Okay, hier ist einer. Den werde ich jetzt outplayen von hier oben. Okay, ich hätte auch einfach hinterherlaufen können. Das war so unnötig. Und nein. Oh, ich dachte, er dreht sich jetzt noch um und will mir noch irgendwas hier verteilen, ey. Okay, hier sind zwei. Zwei Sniper. Das erkennt man meistens direkt am Charakter. Obwohl es auch einige fiese Leute gibt, die das nur wegen Geist spielen. Oh. Jawoll, jetzt geht. Direct Hit. Ich wollte doch eigentlich nur den Weg versperren. Oh, jetzt muss ich aber weg. Jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich kurz warten. Oh, hier kommen alle Nades jetzt. Oh, 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 oh. Da muss ich mal reinlegen. Und, komm her. Nice. Der spielte zum Beispiel eine SMG und hat nur Geist mit dem Charakter quasi mitgenommen. So, hier schnell nachladen. Hier ist jemand. Auf der Brücke. Zack, habe ich. Sehr schön. So. Jetzt haben wir eine Bombe. Oh, oh, oh. Wir sind hier hinter denen noch. Ich könnte hier noch was mit der Waffe machen. Nice. Den habe ich auf jeden Fall. Droh nochmal raus hier. Okay, die spawnen wieder hinter mir. Jetzt schnell die Bombe raus. Bevor die da zu mir reinlaufen. Okay. Ich. Ah, okay. Nice. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Okay. Hier ein Molly rein. Oh, hier ist einer. Nice. Habe ich. Let's go. Zehner Streak. Wo sind die Sniper Charaktere? Wo seid ihr? Hier hinten ist jemand? Oh mein Gott. Zum Glück habe ich das noch gecheckt. Nice. 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 Ich bin auf so einer Streak, Leute. Ah, ich glaube, ich gehe mal hier lang. Oh, da war gerade ein Mörserfeuer. Ich bin so gedodged. Ne? Krass. Zack. Hinter mir. Nein. Ah, einmal ein bisschen vereimt, Alter. Er hatte eine STG. Oh no. Okay, man sieht halt so wenige. In dem ganzen Geist-Charakter-Ding hier. Okay, nice. Hier kommt auf jeden Fall jemand. Habe ich. Okay, hier. Die tummeln sich hier alle rum. Okay, der nimmt beide Marken. Das heißt, er wird jetzt hier versuchen, reinzuschießen. Nicht mit mir, Broi. Nicht mit mir. So. Jetzt schauen wir mal, ob hier... Ja, da kommt jemand. Komm her. Komm her. Komm her. Nice. Die haben Vorräte. Ich wette, es kommt Falsche Mega. Ich wette. Oh, komm her. Komm her. Nice, Mann. Okay, da könnte ein Molly hin. Ja, der hittet direkt. Nice, Alter. Was mache ich denn hier? Ach, du Scheiße, Alter. Okay, hier an der Seite ist jemand. Den push ich jetzt einfach. Scheiß drauf. Oh, hinter mir. Ja, ich wusste das, aber... Scheiß drauf. So, die Bombe jetzt raus. Vielleicht sieht man jetzt ein paar mehr im Spawn. Ich geh jetzt so einen Geist-Charakter, Digga. Nur aus Prinzip. Weil ich ihn gesehen habe, Digga. Einfach, weil er geistert hat. 36 Leute, heilige Scheiße geht das schon wieder ab. So, hier eine Nate rüber. Come on. Nice. Die hittet natürlich. Weil gerade alles irgendwie gefühlt perfekt läuft. Zack. Da wird einfach mal reingeschossen. Nice. Ah, okay. Er hat ein bisschen Angst gehabt, sich seine Marke zu holen. Einen Auftrag haben wir jetzt auch schon geschafft mit den 100 Kids. Alles hier in dieser Folge gemacht. Sehr nice. Oh, mein Gott. Das Aim. Halleluja. Ich will das halt auch gewinnen. Guck, die haben einen Fallschirm hier gehabt. Woher auch immer. Woher auch immer. Das können doch nur die Vorräte sein, Mann. Oh, hier ist einer. Du holst dir nicht alle Marken hier. Ah, fuck, Alter. Ah, das ist ein Fallschirmjäger. Ah. Scheiße. Die Fallschirmjäger haben jetzt echt alles versaut, Mann. Weil die die einfach aus Vorräten kriegen, ne? Das ist so ekehaft. Schade. Mit einem 37 zu 10 konnte ich leider wieder nicht gewinnen. Mein Team ist gerade einfach ein bisschen schlechter, Mann. Aber, Leute, es war eine richtig, richtig nice Runde. Mir hat die Folge mega viel Spaß gemacht hier mit der Waffe. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dafür da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.